Ja, in der Tat, es hat wieder ein bisschen gedauert, aber es gibt sie wieder, die reine Rossmann Patches und wenn du dieses billigste, billigste Eigenwerbevideo überhaupt, das es gibt auf dieser Welt sehen willst, dann bleib dran. Ja, hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal von der Melkstadthütte auf Val de la Patée. Es ist schön, dass du dabei bist und dir diese billige Eigenwerbung geben willst. Ich habe ja schon 2017, glaube ich, die ersten Patches rausgebracht, die waren jetzt dann einige Zeit vergriffen und ich habe jetzt wieder Zeit gehabt, die neu aufzulegen und zu erweitern. Da hat man jetzt zum Beispiel den Survivalist Patch, ja, jetzt neu, nicht mehr bestickt, sondern das ist jetzt ein Rubber Patch. Ja, hier, schau, Kunststoff, Survivalist, Survivalist, schau, schau her, schau her. Ja, ich meine, dass das Video die reinste, billigste Eigenwerbung ohnehin ist, das muss doch klar sein. Aber was habe ich mir bei diesem Patch zum Beispiel gedacht, den wir schon sehr, sehr lange haben? Beim Überlebenskunstlogo, das ich habe, überlebenskunst.at, das ist die Survival-Schule, die wir betreiben, da ist es so, dass wir folgende Aspekte durchgehen, nämlich Shelter, Fire, Water, Food und dann war da Signalisierung dort drinnen. Das haben wir aber rausgegeben, weil wir eigentlich über Signalisierung immer nur so ganz kurz reden. Daher, wir haben da eigentlich keinen eigenen Kurs, Signalisierungskurs, haben wir nie gemacht, ja, und Orientierung. Das sind so die Bereiche, die wir mit Kursen abdecken, mit Live-Kursen, aber auch mit Online-Kursen und das ist auch wieder billige Eigenwerbung, gebe ich da auch den Link, schau dir da ganz einfach um. Wir haben da Online-Kurse, wir haben richtige Ausbildungen, wo du einmal die Woche oder einmal im Monat oder alle zwei Wochen mit mir einen Zoom-Call hast und wir schauen, dass wir dich auf Level bringen. Da haben wir zum Beispiel eine Survival-Coach-Ausbildung, eine Survival-Trainer-Ausbildung, Kräuterpädagogik, Orientierung, Nahrungskurs, Survival-Nahrungskurs, eines meiner Steckenpferde und deswegen auch dieser Survival-List-Patch, weil wir und ich auch der Ansicht bin, dass man die Dinge zumindest im Griff haben muss, man braucht nicht in die Meisterschaft kommen, aber die Dinge, die muss man im Griff haben, damit man sich Survival-List nennen kann. Ja, wobei, ob man wirklich ein Survival-List ist, sieht man eigentlich erst dann, wenn man so eine Situation durchstanden hat. Trotzdem Survival-List-Patch. Und dann, natürlich ist es ganz klar, die unterschiedlichsten reine Rossmann-Patches, auch die als 3D-Rubber-Patch mit einem Glätt mit dazu, dass du sie auf Glättflächen aufbringen kannst. Die gibt es in Olive, die gibt es in Schwarz und in Orange und in Glow-in-the-Dark. Glow-in-the-Dark. Voll cool, taugt mir auch total. Ist natürlich nichts für Leute, die sich verstecken wollen, weil da wird man irgendwie gut gesehen. Denn so schauen die aus. Auch die Patches gibt es. Und wir bringen jetzt noch ein paar andere Patches raus. Auch etwas im Zusammenhang mit Waldurlaub, aber da mag ich noch nichts dazu verraten, das kommt noch. Das war's. Ein kurzes, billig, 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 fast schäbiges Eigenwerbe-Video. So ist er, der René. Wenn du einen haben willst, gebe ich da unten den Link. Wenn du auf Waldurlaub kommen willst, gebe ich da unten den Link. Und dich mag ich um einen Daumen nach oben bitten. Oder auch nach unten, darfst du auch machen. Das ist total okay. Finde ich voll super, denn der Google-Algorithmus, der YouTube-Algorithmus findet auch das großartig. Also, Kommentar schreiben, Abo dalassen, da geht es zu mir direkt in den Shop. Und ich werde jetzt noch die letzten Sonnenstrahlen, nein, die letzten, die ersten Sonnenstrahlen hier auf der Melkstadthütte auf Waldurlaubaté genießen. Dein Rainer Rossmann und ciao, ciao. So. K provided� fondo.